Hallo YouTube und Anime Freunde. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir da eine Classic Serie aus und zwar die Anime Serie Marco. Ich habe Marco nie gesehen. Ich kannte die Serie auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht wo sie gelaufen ist. ZDF, ARD oder so. Weiß ich leider nicht. Die Serie hat mir ein paar Mal empfohlen und bei Nino Otaku auf dem Kanal kann man die erste Folge gucken. Habe ich mir angeguckt und ich fand die sehr spannend. Vom Zeichens, die würde ich sagen, geht in Richtung Heidi. Und es ist eine spannende Serie. Ich verlinke euch mal die Folge zu Nino Otaku und auch weitere Informationen zur Serie wie auch die Box. Also wenn ihr Interesse habt, die kostet so zwischen 10 und 15 Euro. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Und ja, es geht darum, dass Marco, das ist der Junge hier auf dem Cover, die leben in Italien. Da ist irgendwie nicht so die Wirtschaft gerade am Laufen und deswegen muss die Mutter nach Griechenland gehen. Und am Anfang ist noch alles schön und Marco genießt den letzten Tag mit seiner Mutter und dann muss sie leider gehen und dann ist es traurig. Und es war sehr spannend, wie ich finde. Kann ich euch empfehlen. Guckt euch mal die Folge an. Und da habe ich mir auch gleich diese Serie bestellt. Sie ist schon ein bisschen geöffnet, weil die Folie nicht so original aussah. Aber war wohl alles in Ordnung. Keine Kratzer oder so. Habe ich mir nur angeguckt. Und ja, die Serie ist im Neujahr freigegeben. Wir haben die 52 vollen komplett auf 4 DVDs. Wurde wie gesagt damals von Studio 100 vertrieben. Jetzt ist es hier Neonite, beziehungsweise beim Universum Anime. Und so sieht die Box aus. Ja, das ganze Spiel ist 1881. Wusste ich gar nicht. Sprachen haben wir Deutsch. Ja, ist Kinderserie. Aber es ist eine Anime halt. Spieldauer 1300 Minuten. Bildformat ist 4 zu 3. Also ich habe links und rechts schwarze Balken. Und ja, DVD. Mono Sound haben wir hier. Habe ich gelesen. Und ich würde sagen, packen wir mal aus. Es gab wohl in Japan habe ich gelesen 1998 oder 1999 eine neue Auflage, beziehungsweise einen Film dazu. Der kam aber glaube ich nie nach Deutschland. Da gibt es auch ein paar Folgen oder beziehungsweise Ausschnitte auf YouTube. Könnte ich gerne mal angucken. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht verlinkt ihr euch das auch in der Videobeschreibung. Sieht richtig cool aus. Aber leider, wie gesagt, nicht hier erschienen. Ja, ihr könnt mir aber gerne in Kommentaren schreiben. Kennt ihr die Serie? Wie fandet ihr die? Ich fand die erste Folge echt spannend. Und ich werde auch heute Abend gleich die nächsten Folgen gucken, beziehungsweise morgen. Heute gucke ich die Anime Nacht. So sehen die DVDs aus. Das sind alles die selben Motive des 1, 2, 3 und 4. Und im Hintergrund haben wir Werbung. Die Zeugersohn, Vicky, Heidi, Binamaya. Also Vicky habe ich auch schon ausgepackt. Die habe ich auch schon ausgepackt. Die anderen zwei fehlen mir noch. Es gibt ja noch Pinocchio und Alice im Wunderland. Werde ich mir noch nachträglich alles mal holen. Früher oder später. Aber das war mal ein kleines Unboxing zu der charmanten Classic Serie Marco. Kennt ihr die Serie? Habt ihr die damals im Fernsehen gesehen? Wie gesagt, ich habe es nie im TV gesehen. Ich weiß nicht, wann sie gelaufen ist. Aber es ist richtig putzig, charmant. Die Serie hat das Gefühl. Gefällt mir richtig gut. Ich fand euch, wie gesagt, die erste Folge und auch das Intro. Da sagen die immer Schau Marco. Guckt einfach mal. Also ich finde es echt toll. Kann man empfehlen für jung und alt. Guckt es euch einfach mal an. Das war's von mir. Über einen Kommentaren-Like würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.